Das ist Tom. Moin. Moin. Bleib ruhig noch ein bisschen. Der Schuhleit ist im Bus verplanen und wenn du gehst, einfach die Tür zu ziehen. Und das sind Toms Freunde. Paule, hä? Eine richtige Dame. Luke. Vince. Du bist ne? Nee. Doch. Das täuscht. Und das ist Toms neue Kollegin. Liebe auf den ersten Blick. Totaler Schwachsinn. Haben wollen oder nicht haben wollen. Haben wollen. Tom hat eine eiserne Regel. Dreimal Sex, das ist Maximum. Alles danach ist eine Beziehung und die braucht kein Mensch. Nur leider hat Elisa. Nur weil wir zweimal Sex hatten, müssen wir nicht gleich heiraten, oder? Der Satz hätte von mir sein können. Da auch eine eiserne Regel. Ach, das war... Das dritte Mal. Und das letzte Mal. Ja, tut mir leid, das sind die Regeln. Dreimal danach ist Schluss. Hast du ein Problem damit? Überhaupt nicht. Und das bringt Toms Leben. Etwas durcheinander. Wir hatten nie eine Beziehung und wir werden nie eine haben. Nicht? Nicht. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Seid ihr dafür extra hergekommen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Wir wollen zum Inder. Ich hab keine Hunger. Ihr Typen seid nicht bescheuert. Sex ist nicht die Lösung. Wo willst du hin? Sex ist das Problem. Aber wir alle wissen... Kein Sex ist auch keine Lösung. Nein. Also ja, nein. Auf was für Typen stehen Sie so? Ich stehe auf Indianern. So, Zufall. Meine Freundin nennt mich Minutu. Meine Freundin nennt mich Minutu.